Wunderbar. Zum Katze verschmeißen. Zum Katze verschmeißen. Hab ich da eigentlich gestern erzählt, dass der Bäcker, der hat ja Ponys. Und der Orkan hat die Ponys, das Dach gestohlen. Gestohlen, ja. Mal steigert mehr von dem Flur. Was ist denn jetzt zu dem... Und? Jetzt haben sie kein Dach mehr. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.